Moin und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist die Demand Generation. In der heutigen Geschäftswelt ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, nicht nur Lead zu generieren, sondern auch eine nachhaltige Nachfrage für ihre Produkte oder Dienstleistungen zu schaffen. Dies gilt insbesondere im B2B-Bereich, wo der Wettbewerb intensiv und die Kundenansprüche hoch sind. Demand Generation ist ein Marketingansatz, der darauf abzieht, die vorhandene Nachfrage zu nutzen, um gleichzeitig das Geschäft erfolgreich zu skalieren, indem immer mehr Menschen für Produkte oder Dienstleistungen begeistert werden. Also, was ist überhaupt Demand Generation? Hier geht es einerseits darum, das Interesse zu wecken. Die Demand Generation zieht darauf ab, Interesse und Bewusstsein für Produkte oder Dienstleistungen zu wecken, dann eine Nachfrage zu schaffen. Es geht darum, eine nachhaltige Nachfrage für Unternehmensangebote zu generieren, dann die Kaufentscheidung zu fördern, potenzielle Kunden sollen zu einer Kaufentscheidung bewegt werden und um das Geschäft zu skalieren. Durch Begeisterung immer mehr Menschen wird das Geschäft erfolgreich skaliert. Hier haben wir einmal den genannten Demand Generation Trichter. Ein Trichter ist dir vielleicht sicherlich schon aus anderen Aktivitäten dort auch im Online-Marketing bekannt. Hier haben wir einmal, wie gesagt, den Demand Gen Trichter. Hier haben wir einmal ganz oben Tofu, das ist Top of the Funnel. In dieser Phase steht die Schaffung von Aufmerksamkeit und Bewusstsein für die Probleme der Kunden und die Lösung, die das Unternehmen bietet, im Vordergrund. Dann haben wir MoFu, Middle of the Funnel. Hier konzentriert man sich darauf, potenzielle Kunden bei intensiven Recherchen und Überlegungen zu unterstützen und regelmäßig mit ihnen in Kontakt zu treten. So bleibt man im Bewusstsein der Zielgruppe und baut Vertrauen auf. Und als letztes kommt BoFu. Das ist der Button of the Funnel. In dieser Phase geht es darum, Interessenten zu Kunden zu machen und sie zur Handlung zu bewegen. Demand Capture. Dafür muss in ihren Köpfen die Absicht zum Kauf entstehen. Zielgruppe identifizieren. Also, als allererstes, wer sind die Zielkunden? Es ist wichtig, genau zu definieren, welche Menschen erreicht werden sollen. Dies bildet die Grundlage für eine effektive Demand-Generation-Strategie. Als zweites Bedürfnisse und Interessen. Ein tiefes Verständnis der Bedürfnisse und Interessen der Zielgruppe ist entscheidend, um relevante und ansprechende Inhalte zu erstellen. Und als drittes die Ansprache optimieren. Die Art und Weise, wie die Zielgruppe am besten angesprochen werden kann, muss sorgfältig analysiert und umgesetzt werden. Die Entwicklung einer Inhaltsstrategie. Also, die zielgruppengerechte Inhalte. Die Entwicklung von Inhalten, die speziell auf die Interessen und Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten sind, ist entscheidend für den Erfolg der Demand-Generation. Interesse wecken. Die Inhalte sollten darauf ausgerichtet sein, Interesse und Bewusstsein für die angebotenen Produkte oder Dienstleistungen zu wecken. Vielfältige Formate. Eine Mischung aus verschiedenen Inhaltsformaten, wie Blogbeiträge, Videos, Infografiken und Whitepaper, kann dazu beitragen, unterschiedliche Präferenzen der Zielgruppe anzusprechen. Nutzung verschiedener Kanäle. Social Media beispielsweise, E-Mail-Marketing, hier personalisierte E-Mail-Kampagnen, um die Botschaft direkt an Kontakte zu übermitteln, die Website oder auch Events. Messung und Optimierung. Hier gibt es verschiedene Metriken, wie beispielsweise die Conversion Rate, der Prozentsatz der Besucher, die eine gewünschte Aktion ausführen. Dies misst die Effektivität der Landingpages und Call-to-Actions, die sogenannte Engagement Rate, Interaktionen mit Inhalten wie Likes, Chairs, Kommentare, zeigt die Relevanz und Qualität der Inhalte und die Lead-Quality. Bewertung der generierten Leads basierend auf definierten Kriterien. Hilft bei der Priorisierung von Leads für das Vertriebsteam. Personalisierung in der Demand-Generation. Datensammlung. Sammle relevante Daten über deine Zielgruppe, um ein umfassendes Verständnis ihrer Bedürfnisse und Präferenzen zu gewinnen. Dann erfolgt die Segmentierung. Teile deine Zielgruppen in spezifische Segmente ein, basierend auf gemeinsamen Merkmalen oder Verhaltensweisen. Maßgeschneiderte Inhalte. Erstelle personalisierte Inhalte und Angebote, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Interesse jeden Segments zugeschnitten sind. Kontinuierliche Optimierung. Analysiere die Ergebnisse deiner personalisierten Kampagnen und optimiere sie fortlaufend für bessere Performance. Integration von Sales und Marketing. Also, gemeinsame Ziele. Definiere klare, gemeinsame Ziele für Sales und Marketing, um eine einheitliche Ausrichtung zu gewährleisten. Regelmäßiger Austausch. Födere einen kontinuierlichen Informationsaustausch zwischen den Teams, um Erkenntnis und Best Practice zu teilen. Leadscoring. Implementiere ein gemeinsam entwickeltes Leadscoring-System, um qualifizierte Leads effektiv zu identifizieren und zu priorisieren. Technologiestack. Nutze integrierte Tools und Plattformen, die beiden Teams Zugang zu relevanten Daten und Insights bieten. Die Zukunft der Demand Generation. Einerseits haben wir die KI und die Automatisierung. Die KI und Automatisierung werden eine immer größere Rolle in der Personalisierung und Optimierung von Demand Generation Strategien spielen. Dann haben wir immersive Technologien. Virtual und Augmented Reality bieten neue Möglichkeiten, Produkte und Dienstleistungen auf innovative und interaktive Weise zu präsentieren. Und dann natürlich das Thema Datenschutz und Vertrauen. Mit zunehmender Datennutzung wird der verantwortungsvolle Umgang mit Kundendaten und der Aufbau von Vertrauen noch wichtiger für erfolgreiche Demand Generation Strategien. Das war es von mir. Vielen Dank für deine Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.